Hey, YouTube! Ich bin's, Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies ist mein zweiter Tag, an dem ich an jedem Tag ein Video mache. Nun, um ehrlich zu sein, ich mache diese Videos im Voraus, weil es am besten für mich ist, mehrere Videos gleichzeitig hochzuladen und zu planen. Deshalb mache ich sie im Voraus. Es ist jetzt Freitag und ich werde dieses Video am Dienstag veröffentlichen. Aber das ist ja egal. Der Punkt ist, dass wir ins Gespräch kommen. Das ist mein Ziel mit diesen täglichen Videos. Ich hatte das Gefühl, dass in der Vergangenheit, als ich auch jeden Tag ein Video gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich mit euch in ein ganz tolles Gespräch gekommen bin. Und ich habe das Gefühl, dass ich das ein bisschen verlogen habe, dass wir nicht mehr so sehr in einem Gespräch miteinander sind. Und ich möchte das wieder schaffen, indem ich wieder täglich Videos veröffentliche, sodass wir wieder in ein Gespräch kommen. Und um auch dir verschiedene Dinge mitzuteilen, was gerade so abgeht, was gerade hier so passiert bei AuthenticGermanLearning, was ich gerade so mache und all sowas. Apropos, was ich so mache, morgen, nur noch einen Tag, morgen kommt der AuthenticGermanLearningPodcast. Sehr aufregend. Gut. Und das ist übrigens ein Grund, so Hintergrundgeräusche, das ist ein Grund, warum ich erst dachte, ach, soll ich das wirklich machen? Und jetzt auch noch ein Wecker. Es passieren ständig Ablenkungen und deswegen ist es manchmal schwer für mich, ein Video aufzunehmen, ein Video mit Untertiteln, weil häufig Dinge passieren, dass irgendwelche Geräusche sind und so weiter. Und in diesem Format sage ich mir einfach, okay, egal, egal, Hintergrundgeräusche, du musst diese Videos nicht schauen, wenn du ein Video schauen möchtest, wo Vlog steht. Ich werde jetzt immer schreiben Vlog und wenn dort Vlog steht, dann weißt du, du kannst so ein Video erwarten und wenn dort nicht Vlog steht, dann weißt du, es hat wenig Hintergrundgeräusche und all sowas. Okay. Das war's für heute. Morgen kommt der Podcast und wir sehen uns später. Tschüss. Tschüss. Tschüss.